obwohl ich habe noch kommessern den man umkräften könnte also wieder um mit dem schiesel umarbeiten müsste weil ich habe den mal zum kreffen genutzt ja ich mach grad 3 2 3 4 5 klack dieser und hier wird zum wird zum komponente oben müsste was sein oben in irgendeiner von den vier kisten beim crafting table sollte was sein heute nämlich 1 2 3 dafür brauche ich ein da ich brauche ich brauche wie gesagt ich mache es nur so viel wie ich brauche ich bin zu weit gelaufen wo ich noch stein habe weil ich da hinten sind vorlage mit melonen machen wenn das ganze am laufen ist irgendwann dann ist es ich glaube ein bisschen bescheiden dann ich war das nicht nein ich war das nicht nein du doch nicht schreibe ich doch nicht so ein ok ja und viele pisten jetzt ist noch pistols ich habe noch ein bisschen dabei ich habe kein bett mit schlafen gehen ja gerade oben wenn du könntest dann wäre es dankeschön schon nicht geil so jetzt bräuchte ich eigentlich noch so ein key für die drawers damit da ein item drin bleibt ja das ist der draw key hast du den nugget bei golding ist und ein upgrade tempel das ist nicht teuer habe ich das ja ich kann mir sogar noch ein feld geben kann ich ja auch noch geben wollte habe ich da kann ich die dann auch mal einloggen einfach das sei nicht alles raus obwohl es nur millionen sind nach endeffekte dennoch hier in der kiste ich kann mich da hinten auch fertig machen jetzt wieder ein teil davon kannst du nur stück und stück arbeiten machen ja kann ich gerade auch irgendwie mal material die wieder fehlt das kann ich gerade auch nicht machen ich werde kacktein suchen muss oder ich weiß gar nicht warum wir keine plantage gebaut haben komisch aber ich kann die vorher locken und dann das alte man legen legen ja und dann kannst du das alte wieder raus holen denn du brauchst ja eigentlich nur ein item naja und dann ist halt nichts drin aber das ist gelockt und dann kannst du so mal die nächsten fächer mit dem item registrieren das mache ich andauernd aber sonst hast du dann dauernd kross und quäbbel was dann das ist blöd ja aber jetzt kann ich steigen das sollte eigentlich funktionieren sagst du einfach dass es uns funktionieren soll ja ich glaube jetzt eigentlich 3 4 ich brauche ich die dinge auch dafür ich glaube unten sollten wir hier haben die dinge auch nicht ich brauche die dinge auch zu ich brauche die dinge auch zu ich brauche die dinge auch zu ich kann nicht mal rechnen egal so so wieder dann steigt der pfeil vom hopper daten muss wohin zeigen in dies ding wo es rein wieder soll oder wie ach ja der punkt ja nicht raus das scheiß ding ja da war ja was ja warum haben jetzt nur viel gegangen regel reicht weil ich natürlich ja du bist kacke im kopf du kacke im koffer dann springen wir mal ganz schnell runter und es geht abwertig das wäre schon erklärt die sache wie macht es keinen unterschied da drauf in da drauf in da in da in da in da in die frage machen wir jetzt einen kurzen gatt und willst eben kommt das aufs kiel machen oder wird sie weitermachen ich bin dann viele stunde wieder da maximal gleich gleich also man kann es doch eben was speisen gehen Hey, ich bin so blöd. Ja. Ne, da zieh die fretschen Dinger hin. Die wollte ich nicht. Sagen wir hier hin. Jetzt steckt da auch noch Slime rein, der Arsch. Schau, Schleim reinzustecken, wow. Schleim, Schleim, Schleim. Das ist echt ein bisschen Slime bei mir gerade. 4 habe ich. Doch. Doch. Muss ich. So. Sag. Sag. Ich werde es dann reingepacken. Geht auch. Aber es funktioniert schon mal. Das ist schon mal gut. 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 Ah, die hat er wahrscheinlich eben gleich einsattiert. Geist, werd ich haben, ja. Ich glaube, es bleibt mir nicht was anderes, aber noch reingeworfen wurde bestimmt. Ich mache noch fix was. Wenn du bist noch nicht fertig, dann ist das ja nicht schlimm. Weil der Laden hat noch eine halbe Stunde auf. Laut Internet. Normalerweise steht extra Silvester. Also Feiertage und Silvester heute bis 2 Uhr offen. Da werde ich mal den Herrschaften des Internets doch vertrauen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Da muss ich das wahrscheinlich aber noch. Undere Sachen. Den Drawer hinsetzen. Zack. Da hat drunter ein Hopper. Zack. Richtig. Natürlich den Hopper so gesetzt, dass er an die Wand geklatscht war und nicht an die Seite. Das hat er nach unten gesagt. Und dann. Das hier raus. Was dann nicht rein soll. Blick zum Wechseln. Ups. Das sollte so funktionieren. Und dann kommt hier der Hopper ran. Und was ich eben schon dahin gekriegt habe mit dem Hopper im Studio. Ich habe vergessen das abzuschließen das Ding. Ich habe gerade zu viel im Inventar rum. Ne brauchst du nicht. Ich bin hinter dir. Hi. Hallo. Was darfst du? Hi. So. So. Das Ding ist abgeschlossen. Der sortiert das da rein. Ah, es ist ja kompacking, ne? Ja, der Hopper kommt schon alles runter. Ähm. Dann schließe ich hier einfach so ein Kabel an. Zack. Und dann kommt der Hopper das raus. Ist doch gut. Das muss ich für alle machen, ne? Hm? Muss jetzt für alle machen, ne? Ja, das muss ich dann für alle machen. Ja, ist doch nicht schlimm. Und hier sollte... Ja, toll. Jetzt habe ich hier das Loch drin. Was ich später austauschen werde mit dem Stein. So. Dass man da halt nicht runterfällt. Oh, das ist ja nicht schlimm. Dann sollte das eigentlich... Hier drin landen. Eigentlich. Hm. Nö. Naja. Muss ich jetzt noch gucken. Hier ist Fett nochmal landen. Hey, das ist mein Müll. Ja, klar. Ja, nee. Ich wollte das drüber eigentlich nochmal anders machen. Dass der halt nicht direkt da angeschlossen ist. Sondern die ganze Reihe lang geht und erstmal alles zusammen runterzieht. Okay. Und da hinten irgendwo rausschmeißt du einfach. Dass der halt auch richtig einsortiert. Na, was denn dann brauchst du da im Redstone? Beziehungsweise nur ganze Blöcke machen. Wir sind kurz rumkräften. Wir sind hier hinten durch. Ja. Ja. Aber wie soll ich das machen, dass er nach unten noch raus geht? Das ist gerade das Problem. Das weiß ich nicht. Ja, das Kabel verlege ich nochmal anders. Das ist nicht das Problem. Das kannst du ja gleich noch machen. Weil ich würde sagen, ich mache jetzt kurz einen Cut hier. Ja. Ja. Dann wollen wir sagen... Tennis Zwift wird noch. Tennis Zwift wird bestimmt jetzt ne Runde. Ja, muss ich dann ja auch. Das ist das Problem. Hast du jetzt mal Zeit. Kannst ja eben auf den Bau selber gehen. Eben das so ein bisschen vorgemachen. Wie das haben wird. Was ist dahinter dann? Ja, ich... Brauche das doch nur verkraten. Das ist ja auch nicht das Problem. Und ich werde mich mal eben kurz verabschieden. Dann wollen wir sagen... Bis später. Bis später. Tschüss.